Da sind wir mal zurück bei dem Hauptset 2020, hab ich schon was länger nicht aufgemacht. Und zwar ist das hier ein Promopack. Ich bin ja in letzter Zeit so ein bisschen unter den Promopacks unterwegs. Und das hier, hab ich da in den Finger gekriegt, ist schon ein bisschen älter, aber Herrgott, was soll's. Das sind die Packs, die man rausgegeben kriegt bei den FNMs oder sonst was. Mal gucken. Ich hab davon schon ein bisschen was, weil wir im Laden sehr viel FNMs spielen. Einmal die Woche, freitags. So, gucken wir mal an, was wir so haben. Hier ist ein Wald drin, schönes Basic Land. Ich glaub, bei den neuen sind die Länder gar nicht mehr drin, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist voll sad. Dann haben wir einen Urwurzel-Champion. Zwei mal eine 1-1. Immer wenn ein Nicht-Kreaturen-Zauber-Spruch wirkst, lege einen Plus-1-Bus-1-Mark drauf. Das ist gut. Aber leider exzellant. Leider aus Standardlangen raus. Dann haben wir, oh Gott, verwüstendes Brothodon. Drei Mana, drei, vier. Man kann es opfern und man erfragt über Zauber und zerstört aus M20. Und? Oh, Weltenreinigung. Das war auch in dem ersten Booster drin, was ich davon niemals gesehen hatte auf einem Friday-Night-Magic. Zerstöre alle bleibenden Nicht-Klant-Karten. Für sechs Mana ist ganz cool, tatsächlich. Ja, das ging schnell. Jetzt muss ich noch irgendwas überlegen, mir, was ich so erzählen kann. Kann ich aber nicht. Dementsprechend ist es heute ein ganz kurzes Video. Ähm, ja, ich hoffe beim nächsten Mal gibt's ein bisschen mehr zu erzählen.